Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Video Kanal Learning by Watching. Und ja, heute gucken wir uns mal wieder eine neue Form an des Konjunktivs, beziehungsweise was heißt neu. Wir gucken uns heute die erste Form des Konjunktivs an, also die Konjunktiv 1 Form. Ich habe dazu bereits schon mal ein Video gemacht, aber in den Kommentaren standen einige Fragen, die so ein bisschen offen geblieben sind. Und deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt so ein kleines Updated Video, wo ich versuche alle Fragen in den Kommentaren standen sozusagen zu beantworten. Falls mir das nicht gelungen ist, schreibt gerne die Fragen in die Kommentare, wie auch beim letzten Video werde ich versuchen alle zu beantworten. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an mit dem Video. So, für alle Leute, die noch nicht wissen so wirklich, was der Konjunktiv 1 ist, fasse ich das jetzt einfach mal zusammen. Also der Konjunktiv 1 ist ein sogenannter Modus von einem Verb. Was ist ein Modus? Dazu müssen wir uns erstmal fragen, ja was kennen wir denn bereits? Womit können wir das denn verbinden? Und wir kennen ja bereits den Indikativ. So, wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein Indikativ ist, der Indikativ ist nichts anderes als die Normalform eines Verbes. So, was ist denn jetzt eine Normalform? Stellt euch einfach mal vor, ihr redet mit euren Eltern zum Beispiel oder mit eurer Schwester und sagt, ich gehe zum Sportplatz. Dann hat man eine Normalform von einem Verb, denn man benutzt ein Indikativ. Also ich gehe, gehe ist in dem Fall eben der Modus des Verbes und das ist der Indikativ. Stellt euch einfach vor, wie ihr zum Beispiel eine Klausur schreibt. Das schreibt ihr auch in der Normalform. Zum Beispiel, der Autor wollte das und das rüberbringen. Dann ist das immer die Normalform, also der Indikativ. Und der Konjunktiv 1 ist sozusagen eine andere Form bzw. ein anderer Modus einfach von diesem Verb. Um diesen zu verstehen, müssen wir uns aber gleich den Konjunktiv noch was genauer angucken. Hier haben wir jetzt auch nochmal ein Beispiel einfach für eine Normalform. Ich sehe einen Baum. So, der Konjunktiv 1 wird meist bei der indirekten Rede verwendet. Die indirekte Rede habe ich auch schon mal im einzelnen Video erklärt, aber ich erkläre es jetzt nochmal kurz. Die indirekte Rede ist nichts anderes als im Prinzip, versuchst du etwas wiederzugeben, was ein anderer bereits gesagt hat. Hier haben wir jetzt mal ein Beispiel für indirekte Rede. Der Lehrer hat gesagt, du würdest von der Schule fliegen. Hier haben wir würdest und würdest ist der Konjunktiv 1. Das bedeutet würdest steht eben nicht in der normalen Form, also nicht im Indikativ, sondern steht im Konjunktiv 1. Das Ganze kann man auch ein bisschen schon an der Endung sehen, weil würdest ist jetzt nicht unbedingt so die normalste Form, denn würde wäre sozusagen eher sowas normaleres, was man benutzt. Also in der normalen Sprache würde man wahrscheinlich auch nicht würdest verwenden, aber in dem Fall wäre es halt das Richtige, da es indirekte Rede ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bildet man denn überhaupt den Konjunktiv 1? Denn wir wissen ja jetzt so, es sind ein paar andere Endungen dabei und die muss man ja auch erstmal bzw. wissen und auch wissen, wie man sie überhaupt bildet. Die wichtigste Regel ist im Prinzip, dass man an jeden Verbstamm eines Verbes die Konjunktiv 1 Endung ranhängt, bzw. die Konjunktiv Endung insgesamt. Da rechts haben wir auch schon die Konjunktiv Endung, also in der ersten Person Singular e, dann est, dann e, dann en, dann et und dann en. Relativ einfach, sich vielleicht zu merken, muss man halt nur ein paar Mal durchgehen, dann ist das auch relativ easy, sich das dann auf Dauer zu merken, wenn man das öfters mal gebraucht hat. So, für die Leute, die jetzt nicht wissen, wie man den Verbstamm ermittelt, das ist relativ einfach. Es gibt so eine Methode, wie man das machen kann. Und zwar bildet man die erste Person Plural. Das heißt zum Beispiel von gehen, wäre es wir gehen. Danach entfernt man das en bzw. das n. Wenn nur ein n dasteht, dann natürlich nur das n. Wenn ein en dasteht, dann en entfernen. Und hier haben wir auch mal ein Beispiel, wie man das macht. Also Beispiel gehen. Wir gehen. Dann ist der Verbstand g, weil wir eben das en am Ende sozusagen entfernen. Dann haben wir den Verbstand g und darin können wir dann eben die Konjunktiv Endung bringen. Wenn wir davon jetzt zum Beispiel mal die zweite Person Singular bilden würden im Konjunktiv 1, dann wäre das, könnt ihr jetzt ganz einfach sehen, also g ist die Verbstammform und dann, wie oben auch schon steht, die Endung dranhängen. Zweite Person Singular ist est, also g est. Hier habe ich das auch nochmal aufgeschrieben und habe da nochmal einen kleinen Bindestrich dazwischen gemacht, damit man erkennt, dass g der Verbstamm ist und est ist sozusagen die Endung in der zweiten Person Singular im Konjunktiv 1. So und als letztes gucken wir uns noch ein paar Beispiele an. Hier der erste Satz, der Trainer sagte, ihr wäret die beste Mannschaft aus Köln. Hier sehen wir auch schon wieder, der Trainer sagte, ist sozusagen unser Hauptsatz. Und dann kommt wieder die indirekte Rede, was hat denn der Trainer gesagt und dort wird eben dieser Konjunktiv verwendet, also nicht in dem ersten Satz. Der erste Satz ist ja im Prinzip immer nur, die Mutter sagte, der Trainer sagte, er sagte, da kannst du ja im Prinzip alles reinpacken, aber dann im Prinzip das, was er gesagt hat, das wird immer im Konjunktiv gesetzt. Und hier ist eben wäret sozusagen und das wird dann in den Konjunktiv gesetzt. Hier haben wir wieder die Endung et und dann eben wer ist sozusagen der Verbstamm. Und als zweiter Satz, die Mutter sagte, der Sohn schlafe noch. Und ja, hier haben wir eben die Verbstammform von Schlaf und dann eben die Endung vom Konjunktiv e. Somit haben wir dann eben den Konjunktiv 1 im Nebensatz bzw. im Satz, der aussagt, was die Mutter gesagt hat. So, was ich euch auf jeden Fall noch als Tipp auf den Weg geben würde, wäre, dass ihr immer auf den Stamm und die Änderung achten müsst. Das ist im Prinzip das Einzige, wo ihr euch beim Konjunktiv 1 sozusagen oder generell beim Konjunktiv sozusagen das Genick brechen könnt. Achtet immer auf die Änderung. Das heißt, immer diese Probe machen, also in die erste Person Plural setzen und dann das E bzw. das EN einfach entfernen und dann die Konjunktivendung ganz einfach ranhängen. Und dann hat man eigentlich schon alles gemacht, was man machen muss. Und dann bekommt man dem Fall die volle Punktzahl. Es ist nichts anderes als logisches Überlegen. Da müsst ihr nicht viel irgendwie abwägen. Da gibt es vielleicht mal die ein oder andere Ausnahme. Aber meistens könnt ihr eigentlich in 90% der Fällen davon ausgeben, dass das so einfach geht. So, falls das Video dir geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like und über ein Abo freuen. Und natürlich auch könnt ihr euren Freunden davon erzählen, falls euch das Video gut gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Learning by Watching. Und ja, heute beschäftigen wir uns mal wieder mit dem Konjunktiv. Ich habe ja bereits zwei Videos schon zum Konjunktiv gemacht. Aber ich werde heute mal ein Update Video sozusagen zum Konjunktiv 2 machen. Einige Fragen waren ja unter dem Konjunktiv Video drunter. Und genau deswegen dachte ich mir, gucken wir uns jetzt mal den Konjunktiv 2 genauer an. Und ich gehe jetzt einfach mal auf die Fragen ein, die übrig geblieben sind sozusagen, um das Ganze so ein bisschen zu updaten. Falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr auch euren Freunden davon erzählt. Und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. So, wenn ihr euch natürlich erstmal mit dem Konjunktiv beschäftigt, beziehungsweise mit dem Konjunktiv 2 beschäftigt, dann müsst ihr euch natürlich erst fragen, was ist denn überhaupt der Konjunktiv 2? Und der Konjunktiv 2 ist ein sogenannter Modus des Verbes. Das habe ich auch schon in einem anderen Video zum Konjunktiv erklärt. Wir haben ja im Prinzip den Indikativ. Der Indikativ ist sozusagen die Normalform von einem Verb, beziehungsweise der normale Modus von einem Verb. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit jemandem redet oder so, oder angenommen, ihr schreibt einen Aufsatz, dann verwendet ihr eigentlich immer den Indikativ. Hier jetzt mal ein Beispiel dafür. Ich sehe einen Baum. Hier steht sehe im Indikativ, beziehungsweise der Modus von sehe ist der Indikativ. Im Konjunktiv 2 ist das natürlich anders. Der Konjunktiv 2 ist ein anderer Modus sozusagen, also nicht dieser Normalmodus sozusagen, also nicht der Indikativ, sondern eben ein Konjunktiv 2. Die Konjunktiv 2 werde ich ja eigentlich vor allen Dingen für Wünsche, Vorstellungen oder unmögliche Dinge oder unmögliche Situationen sozusagen verwenden. Dafür ist jetzt mal ein Beispiel. Wäre ich Präsident, würde ich die Schule abschaffen? Also hier ist einmal, wäre ich Präsident, ist ja ziemlich unwahrscheinlich, beziehungsweise kann auch ein Wunsch sein oder eine Vorstellung, aber ist eher unwahrscheinlich. Würde ich die Schule abschaffen? Ist auch eher unwahrscheinlich. Deswegen verwendet man da eben dieses Hätte, könnte sozusagen. Also dieses wäre ich Präsident, würde ich die Schule abschaffen? Und genau dafür ist im Prinzip der Konjunktiv 2 da, um das eben auszudrücken. Und hier müsst ihr euch auch noch, jedenfalls auch nochmal merken, dass oftmals hier wäre oder würde verwendet wird. Das bedeutet, dass in diesen Sätzen oftmals hier sozusagen der Konjunktiv 2 mit wäre oder würde gebildet wird. Dadurch könnt ihr auch den Konjunktiv 2 teils besser erkennen. So, dann stellt sich natürlich die Frage, wie bildet man denn überhaupt den Konjunktiv 2? Einfach gesagt könnte man das definieren als, man hängt einfach an den Verbstamm eines Verbes die Konjunktiv 2-Endung ran. Wenn ihr nicht wisst, was ein Verbstamm ist, dann klären wir das mal ganz kurz. Das muss man natürlich erstmal ermitteln. Und zwar bildet ihr die erste Person Plural und entfernt dann das en, beziehungsweise nur das n, wenn eben kein e davor steht sozusagen. Wir gehen jetzt mal auf ein Beispiel ein, gehen. Dann bilden wir die erste Person Plural, also wir gehen. Und dann ist der Verbstamm gehen, denn wir entfernen natürlich das en von gehen und haben dann nur noch gehen. Hier rechts seht ihr die Endung des Konjunktiv 2. Also packen wir dann auch die Endung ran sozusagen. Wir bilden hier jetzt mal die zweite Person Singular im Konjunktiv 2. Das heißt, wir gehen das jetzt mal durch. Unser Stamm ist ge und dann brauchen wir die Endung, dann gehen wir durch. Zweite Person Singular ist das zweite von oben und dann ist die Endung est. Also packen wir das dran. Du gehest. Somit haben wir schon den Konjunktiv 2 gebildet, beziehungsweise die Konjunktiv 2-Form von gehen. Ich hoffe, dass das halbwegs rübergekommen ist, aber eigentlich ist es relativ einfach, wenn man sich wirklich nur vor Augen führt, dass man an den Verbstamm eben eines Verbes sozusagen die Konjunktivendung ran hängt, und dann ist man eigentlich auch schon auf der sicheren Seite. So, gehen wir jetzt mal auf zwei Beispiele ein. Einmal wäre die Welt untergegangen, würde ich nicht mehr leben. Wäre und würde stehen beide im Konjunktiv. 2 hier, da es eben eine unwahrscheinliche, beziehungsweise eine unmögliche Situation ist, da es eben schon in der Vergangenheit ist. Das muss man einfach so sehen, wäre ich gestorben sozusagen. Also man kann ja im Prinzip in der Zukunft jetzt nicht sagen, ich wäre jetzt in der Vergangenheit gestorben, da das einfach unmöglich ist. Man kann ja nicht Sachen, die in der Vergangenheit sind, sozusagen, die können ja nicht anders sein. So was wie zum Beispiel, wäre ich sitzen geblieben, obwohl ich das nicht bin. Also es ist eigentlich unmöglich. Da wird auch häufig der Konjunktiv 2 verwendet. Genauso wie hier, wäre ich reich, würde ich viel Geld spenden. Das heißt, man kann jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt direkt reicht wird, oder dass man relativ schnell reicht wird, ist eh gering. Und deswegen ist es ein Wunsch oder eine Traumvorstellung sozusagen. Hier haben wir auch wieder die Konjunktiv 2 Form von wäre und würde. So was ich euch auf jeden Fall auf den Weg geben würde, wäre, dass ihr immer auf den Stamm und auf die Änderungen achtet, sozusagen. Also das bedeutet, wirklich, haltet euch ein bisschen vor Augen, ihr habt einen Verbstamm und packt da nur die Änderungen dran und macht gar nicht mehr mit diesem Verb. Bei 90% der Werben funktioniert das und das ist auch eigentlich der Großteil. Bei Ausnahmen, die müsst ihr halt einzeln lernen, aber die sind eigentlich so selten, dass die meisten nicht in Klausuren drin vorkommen. Also fahrt ihr eigentlich schon mit dem Wissen, was ich euch jetzt hier in dem Video sozusagen vermittelt habe, fahrt ihr damit eigentlich relativ gut und braucht auch eigentlich nicht mehr Wissen. So, falls ich euch mit dem Video geholfen habe, würde ich mich sehr über ein Abo und natürlich auch über ein Like freuen. Sagt gerne euren Freunden Bescheid, wenn ihr das Video gefeiert habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.